Joah, jetzt bin ich aber doch noch neugierig. Was ist da drüben wieder los, hm? Das möchte ich jetzt doch noch wissen. Das ist ein geheimer Gang. Vielleicht zum Schloss? Ich möchte das jetzt... Jetzt möchte ich das noch wissen. Ach, du bist. Ich habe schon mit der Welt abgeschlossen. Hier ist es so staubig. Beim Putzen bin ich da mit dem Besen gegen die Wand gekommen und sie ist eingebrochen. Seitdem höre ich eine schaurige Stimme, wie die eines Dämons aus diesem Loch hervordringen. Bitte was? Alle sagen, dass sie nichts hören, aber ich höre sie ganz sicher. Bestimmt habe ich einen Dämon aufgeweckt, als ich das Loch in die Wand geschlagen habe. Jetzt wird er meine Seele holen. Romulo, meine Familie lebt wohl für immer. Die Stimme aus der Wand? Der Sache gehe ich nach. Vor allem einfach nur mit dem Besen, okay. Entdeckt. Königlicher Geheimgang. Ja, also rein von der Logik müsste er eigentlich... ...zum Schloss führen. Ich höre deine Stimme, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass hier vielleicht diese... ...Dämonen-Statue ist, ne? Wo man ja Herzen gegen Ausdauer tauschen kann, wenn man will. Ja, ist auch so. Ist auch so, war irgendwie klar. Ja, ja, zerbricht gleich. Und zerbrochen. Hab! Ich komme gleich wieder zurück zu dir. Ich gucke nochmal ein bisschen hier rum. Wird mich nicht wundern, wenn das... ...hier alles zum Schloss führt, vielleicht. Boah, ist das... Alter, ist das verschlossen. Joa, das gibt's ja nicht. Gott sei Dank habe ich so viele Bomben. Boah. Wahnsinn, oder? Das ist doch nicht wahr. Nanu! Hallöchen! Ach, über dir. Okay. Hä? Wieso geht das wieder nicht? Doch. Ja. Ja, sorry. Das müssen wir jetzt doch noch kurz erforschen. Oh. Ja, gut. Da muss ich mich vielleicht doch durchboxen. Aber mit nem Knochen geht es ja gar nicht. Okay. Das tut ein bisschen weh, das damit zu tun. Egal. Rein da. Jawoll. Hm. Boah, Junge, wie lang. Hä? Hä? Hey, du kleiner Probel. Spinnst du? Noch ne Höhle. Also jetzt... ...ist hier aber ganz schön was los. Was haben wir hier gefunden? Geheime Waffenkammer? Was ist denn hier? Geheimer Bunker vielleicht für die Königsfamilie, oder? Na, schau an. Aua. Lass mich mal in die Kiste. Der Hyliar, Beinschutz! Oh. Ach so. Schau an. Ja, und schon zerbricht's gleich. Das ist wirklich tragisch. Hä? Hallo? Super, echt. Geilo! Oh, echt so. Hm. Und Königszweihänder. Ja, auch nicht schlecht. Guck an. Ja, das... ...war eigentlich die Kammer. Okay, verstehe. Ja, ist halt einfach... ...so ein Bunker-Gedöns. Das hier scheint wichtiger zu sein. Kannst du mir helfen, das aufzumachen? Cool, danke. Was ist das? Und zack. Und zack. Und... Ich hab 800 Bomben. Was willst du, weißt du? Hier muss ich keine Materialien verschwenden. Äh, an Monstermaterialien zum Durchbohren oder so. Ich kann hier einfach alles aufsprengen mit so vielen Bomben. Ja, kein Problem. Hallöchen. Es ist eine super lange Höhle, ne? Oh, hallo. Aber... Wie gesagt, war der königliche Schutzraum. Königlicher Geheimgang, wie ist das? Für die Königsfamilie. Also, es muss doch zum Schloss führen, eigentlich. Egal. Komm her! Bist den ganzen Bums zurück, ne? Hä? Hä? Wo geht's denn jetzt hin? Was erwartet mich am Ende, wenn es so gut geschützt ist? Ach, nee, oder? Krass. What the fuck? Ne Elektromaus. Ach, war es einfach hochporten. Hochporten? Das stimmt, theoretisch könnte ich mich zurückporten auch. Das stimmt schon. Es geht schneller, hast du recht. Könnte mich einfach zurück zum Posten porten. Was ist denn jetzt hier? Und ganz da hinten geht's weiter. Boah, ist das riesig hier, was? Ach, du Scheiße. Aber ich bin zu neugierig. Das wollen wir doch jetzt rausfinden, oder? Was die Sache ist. Was war das? Das sind riesige Geröllhaufen. Oh nein! Ein Stalinox! Ich drehe durch. Und ziemlich viele Leuchtsteine. Die interessieren mich jetzt aber viel mehr. Jetzt habe ich... Nein, das ist auch dumm. Ach, Scheiße, ey. Was war das? Mit was wirfst du? Ah, ja. Mit explodierenden Fässern, natürlich. Warum ist es hier rot? Der scheißverdammte Blutmund schon wieder. What? Okay. Kann ich das Auge eigentlich auch einfrieren? Nee, ne? Okay. Hä? Was war das jetzt für Miasme? Dass sie jetzt wieder weg ist. Scheiße, krass macht der Schaden. Ja, ich habe Schaden gemacht. Echt so. Ich habe halt instant das Auge rausgehauen. Deswegen. Leuchtsteine sind voll wichtig. Ich habe gerade echt kaum Zeit für dich. Ach nee, immer wenn wir hier sind, dann kommt ein Miasme. Hä? Hä? Hey, krass, haben wir nichts Besseres. Hä? Was ist denn jetzt los? Mal nochmal. Hä? Hey, wieso ging das jetzt nicht? Hallo? Jetzt wechsel die Waffe. Himmel, Arsch und Zwirn. Ist das dumm einfach. Diese Cooldowns in diesem Game. Man kann einfach nicht so schnell kämpfen. Weil andauernd so, ja nee, Link muss erst die Animation fertig ausführen. Das ist so ein Pixel genau. Bevor du als Spieler irgendwas anderes triggern darfst. Das hat mich in Breath of the Wild schon ein bisschen genervt. Was ist das denn? Gut. Das war der. Da drückst du Tasten und es passiert halt gar nichts, weil das Spiel erst sagt, nö. Diese Animation muss jetzt fertig ausgeführt werden. Hab Geduld, junger Padawan. Das ist so für den Arsch, echt. GG. Dongy. Das war hier richtig krass. Ich sag's hier. Ach ja. So, jetzt ist hier irgendwo irgendwas. Hier war irgendwo noch... Guck mal, hier ist... Wieder im Jasmifizierung. Wir müssen... Was ist das? Hey, da waren wir nicht. Das ist anders. Hä? Hey, das geht nicht kaputt. Wieso geht das nicht kaputt? Was? Das ist ja interessant. Doch jetzt. Was war da denn los? Aha. Junge, was bist du denn? Ein Eisraubschlein. Oh ja, das ist hübscher. Oh ja, das ist hübscher. So, was? Ijo, weg von mir. Äh. Hä? Äh? Was ist das denn? Boah, der Schaden. Der Schaden. Und? Nochmal ein Rüstungsteil, oder? Tatsächlich, der Hülya-Helm. Krass, hier ist echt, äh... die Hülya-Rüstung einfach mal, äh, hier unten versteckt. Also halt, äh, diese Rüstung, Ritter-Rüstungsgeschichte. Die ist hier einfach im Untergrund. In diesem Untergrund. Ihr wisst schon, meine Güte. Was ist das so? Jups. Aber das interessiert mich. Da müssen wir hin. Und da ist wieder Miasma-Flocken in der Luft. Ach, scheiße. Da spreng ich mich selbst. Naja, egal. Okay, so geht's auch. Wirf Dinge. Wir haben keine Zeit für den ganzen Scheißbombenzieher. Jetzt wird's Miasmich. Nanu! Das ist ja nicht ernsthaft alles Leuchten. Was? Ja, supi-geil. Das muss ich mir markieren, aber das werde ich irgendwann gar nicht mehr blicken. Scheiße, hier ist ein ganzer Leuchtstein-Vorrat. Das ist halt leider super wichtig. Ich glaube, ich weiß, wo wir hinkommen. So langsam befürchte ich, wo es endet. Ja, hör mir auf, ist das riesig. Ich denke nämlich, ja, ja, hier geht's nämlich auch noch in ein krankes Gewölbe, wo ich ja immer noch vermute, dass das das Intro-Gebiet ist vom Spiel, wo wir mit Zelda kurz rumgestapft sind. Und der Gang führt ja da hin. Würde mich nicht wundern, wenn man dann hier irgendwie ein Loch findet gleich, wo es runter geht. Würde mich nicht wundern. Miasmawolken sind hier eh schon. Wo ich mir irgendwie die ganze Zeit denke, jetzt kommt gleich der Blutmond. Bist du eigentlich neu? Ja, klar, du bist ein Silberhorror-Blinn. Das ist ja krass. Okay. Aha. Hm. Okay. Hier hinter ist jetzt... Ach so. Okay. Surprise, surprise. Müsst ein schwarzer Horror-Blinn. Was ist denn überhaupt so ein Nestes? Och nee, ne? Komm. Hey, was bringt mir diese Kammer? Außer, dass da Horror-Blind sind. Aber was genau? Da ist eine Schatzkiste. Okay. Ich dachte gerade, ich gehe durch die Kiste jetzt. Hm. Dann sind wir dritte Hellebade. Ey. Ey. Nicht schlecht. Hm. Okay, Leute. Ich gehe mal wieder, ne? Ich weiß jetzt auch nicht genau. Hm. Oder hört sie jetzt einfach so auf? Das kann ich mir nicht vorstellen irgendwie, ne? Oh Gott, wie dumm. Mhm. Hey, das... Ah, ja, da oben. Und hier auch noch. Ach. Ach, da kann ich mich von oben reinschleichen, ne? Äh, hallo? Hallo? Link kann geduckt nicht angreifen? Ernsthaft? Was ist das denn? Hä? Das kann doch gar nicht sein. Jetzt mach's halt weg. was ist das hier? Da kann ich hoch. Warum? Viel zu interessant hier wieder alles, gell? Scheiße. Ah, okay. Uninteressant. Ja, ja, guck, das ist der Weg. Ja. Na dann. Nein. Mann, ich hab nur noch 800 Bomben. Achso. Schon alles weg. Boah, ey, Wahnsinn. Aha. Und was ist oben? Jetzt wird die Musik auch komisch, langsam. Oh, sag mir nicht, das ist jetzt... Also, wenn das der Weg zu Ganon ist, ne? Dann hab ich ein großes Problem, glaub ich. Mir gefällt nicht, wo das hingeht. Die Musik gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Oh, Link, du bist wirklich so ein Stück Scheiße. Schöne. Echt geil. Ciao. Oh ja, gib mir deinen Arm. Aha, aha, aha. Okay, was ist das? Aha. Aua, wie bekomme ich das weg? Was ist dieser Stein? Na nun? Ah, so. Verstehe. Oder? Eigentlich zum da hochkommen jetzt, ne? In die Kammer. Ja, ja, richtig. Und wie komme ich aber dann wieder raus? Ja, hä? Warte mal kurz. Hä? Aber das soll so. Okay. Okay. Hä? Moment mal, hä? Was ist denn da denn da? Achso. Hops. Hallo. Ich hole mir das nur kurz ab. Lass mich raten. Letztes Teil. Hylia-Rüstung. Jawohl. Cool. Der ist aber auch frech versteckt hier alles, ne? Jetzt habe ich das ganze Hylia-Rüstungs-Gedöns-Set. Schau dir das mal an. Schau mal anschauen. Cool ist das ja schon. Hype. Voll so. Das ist grundsätzlich nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob das das Tor aufmacht, zufällig. Das hätte sein können. Okay, ciao. Lass los, Link. Komm. Spannend. Oh, oh, oh. Mein Gott. Okay, das schafft er nicht. Mhm. Aber wir müssten eigentlich... Es ist ja Wahnsinn. Eigentlich wollten wir was ganz anderes hier tun, nicht wahr? Und jetzt haben wir einfach dieses Set gefunden. Naja. So ist es wieder. Aber wir haben jetzt das Komplette. Das ist cool, ehrlich gesagt. Das wird wieder eine Set-Folge auf YouTube. Ich weiß nicht, ob ich sie es schon. Aber hey. Warum nicht? War es auch cool. Jetzt. Guck mal mal, wo es hier aber noch hingeht. Zu guter Letzt. Jetzt geht es zu irgendwelchen Furzeln. Da ist ein Weg. Ey, bitte was? Boah, ey, Bögen. Wahnsinn. Es regnet. Feuersteine. Ich brauche doch Leuchtsteine. Ja, eine Popel, ey. Naja, gut. Was ist jetzt das da alles? Hallo, hallo. Warum ist das so? Warum ist das so? Nein. Böse. Ist doch schon wieder eine Nebenkammer, oder? Warum ist das alles so riesig? Nee, das ist richtig hier. Ach. Krass. In den Tiefen dieses Landes vermochte der Erste der Könige edel und mächtig, den Dämonenkönig zu bannen. Um seinen Bann zu stärken, wurde hier das Schloss erbaut. Als Siegel und Pfeiler der Heiligkeit dieser Städte. Was? Ach, das Schloss wurde deswegen hierher gebaut, damit der Bann stärker ist, das Bannsiegel? Sollte das Schloss nicht mehr sein, so ist auch die heilige Städte verloren und es ersteht der Dämonenkönig. Seine Wiederkehr wird das ganze Reich mit Zwietracht, Zorn und Grausamkeiten überziehen. So verstehe, denn nur des Schlosses fortbestehen kann es Landeswohl gewähren. Auf dass seine Mauern in alle Ewigkeit trotzig und ungerührt an diesem Orte weilen werden. Ja, alter, krass. Das erklärt so einiges. Das ist ja ein krasser Stein. Das ist eine krasse, interessante Geschichte jetzt. Super verrückt. Das ist wieder ein Silberner. Hilfe. Hey, bitte was? Nein. Junge, alter, der zimmert. Aber ich habe jetzt auch echt eine dumme Rüstung an, wirklich. Das war jetzt auch selber schuld. Mann, oh. Haben wir es dann? Warum habe ich das Foto nicht? Habe ich so ein bisschen Angst, dass du wirklich zu gern kommst? Das ist wirklich so, gell? Mann, oh mein Gott, gehst du mir auf den Sack. Hey, wie kann das sein? Du kriegst jetzt so auf die Scheißfresse, ey. Miasmifiziert? Warum werde ich miasmifiziert? Was? Warum? Okay, krass. Das Ritterschild. So, gib mir jetzt die Sachen, Mann. Echt jetzt, ey. Ohne Scheiß. Ich habe gehört, das kenne ich noch nicht. Aber es ist so cool, das quasi den Fundamentstein gelesen zu haben, hier wegen dem Dämonenkönig. Aber langsam, aber sicher, wird es echt ein bisschen problematically, glaube ich. Ich glaube, wo komme ich hier raus? Und warum kriege ich hier Mas-Mas-Mis-Mas-Mis-Schaden? Weg. Sag mal, wo geht es hier hin? Was ist das hier? Alles. Alles. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.